Hier haben wir nochmal viermal Showa, Momotaro und Isa, Größe zählt ab 30 bis 40 cm, können wir noch nicht hundertprozentig setzen, also wir sehen es noch nicht hundertprozentig, der obere Showa hier wahrscheinlich weiblich, der Rest noch nicht hundertprozentig. Das stimmt überhaupt männlich, also müssen wir noch warten. Von der Größe her wären es auch große Fische, 70 cm locker, nächstes Jahr ca. 55 bis 60 cm. So sei dieser Momotaro, Preis liegt hier bei ca. 600 bis 650 Euro. Das ist der Isa Showa dahinter hier. Wahrscheinlich weiblich, aber auch. Wir sollen mal schauen, an zwei Monate ist noch mehr. Ich glaube, das ist sehr sicher. Ich bajo die Oberfläche. Ich glaube, es geht nach dem Haus, Dase, ausprobz. Wenn ich mich bist, erst OSOű. Woah, denn ich bin Pitt alsabet? Vielen Dank.